Lesezeichen sind ideal, um Ihre Lieblingsseiten zu speichern. Um eins anzulegen, klicken Sie auf den Stern. Um die angelegten Lesezeichen zu finden, klicken Sie auf das Lesezeichen-Menü. Standardmäßig landen neue Lesezeichen im Ordner Unsortierte Lesezeichen und erscheinen auch unter Kürzlich als Lesezeichen gesetzt. Aber Sie können Ihre Lesezeichen jederzeit woanders ablegen, indem Sie erneut auf den Stern klicken. Jetzt können Sie den Namen bearbeiten, den Ablageordner ändern oder Schlagwörter hinzufügen. Und wenn Sie die Lesezeichensymbolleiste verwenden, können Sie die Tabs einfach dorthin ziehen, um schnell einen jederzeit erreichbaren Link anzulegen. Und wenn das nicht reicht, geben Sie etwas in die intelligente Adressleiste ein und Firefox findet auch Ihre Lesezeichen.